Oh, jetzt! Fresse in den Dreck los! Fresse bei Enten! Okay, geschafft... Eis kalt. Glas klar. Vodka Gorbatschow. Hä? Dieses Wodkas Reine Seen... Wieso das denn? Wir sind jetzt alarmiert! Hä? Wo gehst du hin? Pssch! Hallo! Dann müssen Sie stehen, junger Mann! Oh, schade. Oh, oh. Ja. What's up, man? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wo ist denn der Mörser, man? Nur für den Fall, die Drohne ist nicht mehr gestört. Auch die Drohne war hier gestört. Hat sich ja nicht mehr daran erinnern? Das war der erste Post, wo wir hier waren. Warum nicht hier Strom? Ja, warum hast du eine Maske auf? Er weiß, cool aussieht. Nein, oh, ich wollte gerade erschießen, aber ich bin tot. Bist du auch tot? Nein, ich bin tot. Aber du bist auch nicht tot. Okay, warte, ich versuche die Drohne rechtzeitig zu bekommen. Wo liegst du, wo liegst du? Da drin. Hat es gereicht? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Okay. Granate fliegt. Oh fuck. Alter, was seid ihr denn für welche? Ich bin tot. Ich habe gerade so die Sonder-Edite Spezialeinheiten. Ja, das sind die super krassen Mongobros. Oh Gott. Geht mir so eine Mechanik zum, um die Ecke lehnen einbauen sollen. Ach, Quatsch. Alter, ist ja gut jetzt. Was ist denn los mit euch? Ich habe irgendwie hier... Weinst du, du kommst hier neben für das Teil? Nein, warte. Lass mal den Hubschrauber kaputt schießen. So, jetzt, was? Ja, hier das Teil, was wir hier holen. So, die Waffe, die wir holen sind. Ne, irgendwie gerade... Oh Gott, irgendwie gerade doof. Ich weiß, ich wüsste jetzt nicht, wie. Hast du schon? Ja, ja. Ich bin da... Wo liegst du? Mein Drohner ist ein bisschen getrunken. Doch, danke. Es tut mir leid. Naja, das Problem ist, die sind ja überall, die kleinen Huren. Huch. Hä? Macht absolut keinen Sinn. Oh Gott, hinter mir. Oh Gott, hinter mir. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich komme nie wieder raus. Haha. Take that, bitches. Okay, gibt es hinten irgendwie einen Eingang da rein? Ja. Wartet, Waffenkiste entdeckt. Oh, eine Waffenkiste. Okay, ich hab's. Sehr gut. So, wie kommen wir jetzt hier raus? Ich geh hier lang. L'Attacke, L'Attacke. Boah, immer dieses Nachladen, ey. Äh, das geht gar nicht. So. Huha, huha, hu. Hey. Oh, das war vielleicht jetzt nicht so klug. Ich muss den Trainingsparcours beenden, ja. Wir stören sie mich nicht dabei. Na, ich glaube, ich hab vielleicht ein minimales Problem. Ach. Naja, alles gut. Oh. Daneben geschossen. Aber macht nix. Ich bin ja wäschiger. Dann gehen wir schnell rein und dann können wir wieder gehen. Die schießen mit Raketen. Was du schießt mit Raketen? What the fuck? Hättest du ja mal drückschießen können. Mach ich. Der Wagen brennt. Warum sagst du nix? Du siehst das. Nein, ich war doch grad auf der Map. Gottes Willen. Was ist denn nur los mit den Leuten von heute? Unidat sind mir echt zu suspektieren. Also die Unidat sind echt ein kacke. Jetzt haben sie uns verloren. Aber in einer Richtung ist ein Heli. Und dann können wir ihn finden. Ein Helikopter. Ein Helikopter? Ein Helikopter. Du musst schauen. Klettern. Da ist der Heli. Ich klau den Heli vielleicht unter dem Arsch weg. Nee. Nee. Das war nur ein Reh. Du hast nix gesehen. Blöde Sniperpisser, ey. Mochte ich noch nie, ne? Sniperpisser. Hm. Okay, mach dich bereit. Falsch eingestiegen. Oh, für was? Ich stehe hier an der Straße. Muss ich mich immer noch bereit machen? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nach, nein. Das ist nur. Ich mache eine, die muss jetzt sitzen. Das gäbe es nicht. Ich habe doch. Was? Nix. Ist der Helikopter? Ach, Mann ey. Spiel, weißt du, gibt es da immer so ein Heli, ey. Wo beide was machen können, aber dann ist er kaputt. Oh Gott. Ich werde überfahren. Ich merke sowas. Das wäre auch schlimm, wenn nicht. So. Vielleicht ist da auch so ein kleiner Kampf hier. Ich glaube nicht. Doch, doch. Nice. Sehr gut. Machst du. Jawohl. Der alte Forst wird wieder hier. Der Baum, der war 3,5 Zentimeter zu lang. Er musste gestützt werden. Wir nehmen das Auto. Nationale Sicherheit. Los. Ich meine den Koffer. National Security. Okay, ich mache gleich so eine hammerharte. Hä? Was ist das tun? Das geht hier nicht. Ich kann ja nicht aus dem Kofferhaut gucken. Anderer Plan. Ich steig aus. Und bin tot. Nice, ich auch. Bester Plan, ever. Ich hatte noch die Granaten ausgewählt. La Granados. La Granados. Das ist übrigens Spanisch für der Granatapfel. Ich dachte Autobahn. Ich bin aus dem Spiel getappt. Warum das? Ich bin auf die Windows-Taste gekommen. Ich bin auf die Windows-Taste gekommen. Dreckstaste, ey. Ich muss mal deaktivieren den Shit. Geht das? Man kann die Windows-Taste... Deaktivieren? Ja, bei der Tastatur und der Software. Ah, okay. Ich glaube, das kannst du auch so machen, aber... Nein, Moment. Fliegen macht jetzt gerade ehrlich gesagt keinen Sinn. Das sind nur... Wie gehst du hin? Ich wollte einfach, dass der aus dem Auto aussteigt. Das ist schon mal vor, dass du mit dir bei einem echten Leben machen. Er kommt so auf dich zu, Gramm in der Waffe, du steigst aus und er rennt einfach wieder weg. Ich wollte nur aus dem Auto aussteigen. Jetzt mal ganz ehrlich, ja, du bist hier seit neuestem der Forstwirt, ja. Und ich stürze die Bäume einfach so. Ich muss halt auf die Straße achten, ne. Du bist der Straßenwirt. Ich bin der Straßenwirt. Ja, dann sag denen da vorne uns mal was. Wir sind gleich kaputt. Geh weg da. Schieß lieber auf die Gegner. Okay. Mach ich. Der ist tot. Der ist tot. Der ist auch tot. Irgendwo ist hier noch einer. Ich hab einen Rebell getötet, aber das ist nicht so wichtig. Macht nix. Gebt ja noch zwei davon. Zwei in Offenkiste. Ja, das reicht ja wohl auch. Schon mal vor, es würde vier geben. Boah, eigentlich müssten wir doch mittlerweile mal alle Aufsätze haben, oder nicht? Ach, machen wir noch nicht. Das ist ja fürchterlich, wie viele Aufsätze es einfach in dem Spiel gibt. Drei Milliarden. Ja, aber mindestens. Drei Milliarden Aufsätze. Drei Milliarden Aufsätze. Oh, oh. So, weiter geht die Wildespaßfahrt. Da oben ist ein Fragestation. Was ganz schön weit weg ist. Die haben uns gar nicht bemerkt. Ist ja komisch. Ja, damit sie wissen, sie haben was verpasst. Oh, den Spaß ihres Lebens. Meinst du? Klar. Ach man. Ich dachte, ich könnte da jetzt so cool dran vorbeidriften. Ja, nix da. Wurde nix. So, ich muss noch spielen. Irgendwie ist das Spiel wieder laut. Aber irgendwie auch nicht. Komisch. Spiel wird immer leiser. Man hört irgendwann gar nix mehr. Und irgendwann dreht es einfach wieder voll auf. Irgendwann stelle ich das Spiel auf fünf. Dann. So, jetzt mach dich bereit. Ja. Ist hier irgendwas? Ich seh nix. Gegner sind hier. Ich habe zwei von ihnen eliminiert. Er ist mit dem Leben davon gekommen. Wow. 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 Heilige Creme Kugel. So, bezahle ich dich eigentlich. Ich werde gar nicht bezahlt, ey. Ja, jetzt weiß du auch warum. Ja, weil du mich nicht bezahlt hast. Ist irgendwas? Nein. Die Fabrik ist ja. Der Gegner. Ey, wo ist denn das Fein? Äh. Äh. Ist schon weg? Ist auch nix. Hier ist noch ein Fragezeichen, aber das ist auch die, äh, eine Hauptmission. Wollen wir gleich. Da fahren wir erstmal hier runter, sagt er. Dann fahren wir zu dem, dann holen wir uns das, dann holen wir uns das und dann fahren wir da ganz da unten. Na, ist klar. Niko, das ist ein Plan. Jo. Seh ich auch so. Alter, warum, warum sterben die ganze Zeit Zivilisten denn irgendwie dumm? Weil du vielleicht die Zivilisten da schießt. Ach, Blödsinn. Woher schieße ich denn Zivilisten? Da explodieren Fässer, kann ich noch nix für. Also, jetzt machen wir mal halb, dann, ne? Hast du auf die Fässer geschossen? Hallo, jetzt nochmal halblang. Also, ich kann noch nix dafür. Wenn ne Kugel, wenn die den Lauf verlässt, dann macht sie doch eh, was du will. Ja, da kennst du sie nicht. Ja, die Physik, die ist halt, äh, da kannst du nicht einfach sagen, ja, jetzt. Na, das geht nicht. Nee, kannst du nicht einfach sagen, ja. Ja. Jetzt hast du ja doch gesagt. Ja, man kann es natürlich sagen, aber das ist der Physik natürlich scheißegal. Also kann ich doch einfach sagen, ja. Was haben wir da gerade mitgenommen? Ist das ein Re-Alien-Baby? Ja. Es ist das, was du sagst, ein Re-Alien-Baby. Gut. Kein Alien-Re-Baby? Nee, ein Re-Alien-Baby. Die berühmten Re-Alien-Babys von Polygien. Ich ruf mal an. 5, 5, 5, 8, 3, 9, 10. Woher hast du mein Nähnchen? Mauder und Scully, bitte. Wir haben ein Re-Alien-Baby gefunden. Ruf mal an, die kennen. Genau. Ja. Danke, tschüss. Die kommen. Wohin? Hier. Sie bringen einmal. Genau hier. Warum ist hier Oso? Was denn Oso? Ich kenne Oso. Ja, aber da steht Oso. Das ist wahrscheinlich der bolivianische Schnaps. Ja, okay. Warum machen die davon eine Straßensperre? Keine Ahnung, wir fahren einfach durch. Warum machen die beiden hier eine Straßensperre? Ist mir scheißegal, ich fixe sie alle weg hier. Ja. Kannst du dich bitte beherrschen? Nein. Du machst das, ne? Nee, irgendwie nicht. Gott. Ach, das bist du. Nee, auf mich schießen! Oh Gott! Ich bin tot! Wo sind denn die ganzen Gegner hier? Ich weiß nicht mal, wo die Gegner sind. Hilfe! Ja, Moment. Ich muss aussteigen jetzt. Hilfe! Ich bin auch tot. Gleich. Okay, pass auf, 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 pass auf. Pau! Okay, danke. Und jetzt tötest du direkt den Typen, der neben dir steht. Alles klar, das machst du jetzt. Den soll ich töten? Nice. Was? Hast du richtig gut gemacht. Ja, nice, hab ich dir gesagt. Nice. Alter, was ist hier los? Krieg? Hier ist ne Jesu-Statue. Granate kommt. Komm in mir, ja, da kommt raus. Jesus, Jesus, du warst echt okay. Jesus, Jesus, every time fair play. Ich bin tot. Jetzt soll er jetzt machen. Wo geht das? Mann, die, 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 Mann! Die haben die Drohne abgeschissen. Das ist ein Ficker. Mann, die, Mann, die, Mann, die, Mann. Ich bin tot. Ganz ehrlich, ne? Die haben die Drohne abgeschossen, Säcke. Ganz ehrlich, ne? Diese Schweine. Schweine. Die haben die Drohne getötet. Die Drohne. Die Drohne. Ach, das sind ja Huren, ne? Die Drohne. Die haben die Drohne geschossen. Drohne. Drohne. Die haben die Drohne abgeschossen, Säcke. Was ist denn jetzt? Ja, am Pups, David. Ist das was wie Coala de Vil? Ja. Oh. Oh. Ein Kampfwagen. Ein Kampfwagen, Lee. Okay, das ist alles auf Schweizerisch nicht mehr ganz so bedrohlich. Ja, das ist ja auch der Plan. Was ist das denn für ein Plan? Warum sitzt er sich nicht ganz rein? Ich muss sogar nicht sinnvollen, schließlich schieß einfach irgendwas ab. Ist doch scheißegal. Das ist sowieso mein allgemeiner Plan. Ich schieß einfach. Ja, ich drehe mich einfach im Kreis und alles, was dann tot ist, ist nicht mehr am Leben. Boah, jetzt wird es aber krass. Ja. Das ist halt deeper shit. Stopp sie wieder in den krassen... Ja, ja. Ja, muss ja auch mal sein, ne? So einmal alle 100 Folgen. Sometimes you have drop the shit. Aber bitte in die Klo schießen. Nein. Man sieht deine Beine durch die Scheiben. Uh. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Wer sonst Mikro schießt? Ey. Wo schießen die denn? Ich seh ja nix hier, ne? Gib mir Deckung, ich verlinke mich mit dem Handy. Okay, hast du den Fertigkeitspunkt noch nicht gedacht? Ne, ne. Selbstverständlich nicht. Wo kamen wir denn dahin, wenn ich schon hätte? Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ha! Sniper getötet. Ich sollte aus dem Auto aussteigen. Wieso? Weil die da raufmörsern. Ach, das bist du. Was hast du denn heute gegen mich? Ja, du stehst immer da, wo ich hinschieße. Oh, ich bin genau an die Tür gefallen. Da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer, da kommt einer. Jetzt geht er wieder weg. Man hat so richtig gemerkt, wie er ist, wollte ich gar nicht rein. Ne, doch nicht. Smile Horse, geh weg. Holst du hier, holst du hier. Los, 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 los. Go, go, go. Warum müssen die einfach über die Treppe gelaufen? Ja, weil es so viel cooler ist. Das ist ein bisschen mehr Action.